Am vergangenen Wochenende fand auf Sylt der Golfmagazin Charity Cup statt. Der Verlag lud zahlreiche Promis zum Golfen auf die Insel ein, gefeiert wurde aber auch zum Beispiel in der Sturmhaube am Roten Cliff in Kampen. Mit dabei waren der ehemalige Biathlet Fritz Fischer ebenso wie Hans Zach, der Eishockey-Trainer, der Sänger Klaus Baumgart, die Schauspielerin Anja Schüte, der Schauspieler Fritz Wepper und Eva Habermann. Sie alle stellten sich in den Dienst der guten Sache. Die Erlöse des Charity Cups gehen zugunsten der Royal Fishing Kinderhilfe.